Hallo, wir sind am Weingut Familie Manfred Birnstingl. Wir sind Junkerbauern schon seit gut 20 Jahren und ich bin mit Stolz Junkerbauer, weil ich finde, die Idee des Junkers ist einfach toll. Es ist der erste Vorbote des neuen Jahrgangs. Hallo, ich bin der Paul Berger vom Weingut Scheucher. Wir sind in der Puttendorf zuhause und produzieren auch schon seit über 20 Jahren Junker, den originalen steirischen Junker. Ja, grüß euch. Ich bin der Hannes Jöpstl. Wir sind da in der Schilcherei Jöpstl in Wernersdorf bei Wies. Wir sind vermutlich einer der ersten Schilcherweinbauern, die auch bei der Junker Idee dabei waren. Weil der Junkerweinstil einfach so gut zu uns passt und zur Steiermark passt und in die Gegend passt. Wir haben einen wunderschönen September gehabt. Die Trauben konnten wunderschön reifen und die ersten Trauben, die wir dann geerntet haben, haben wir schon gesehen, die Säurewerte sind toll, die Zuckergrade sind toll und es muss einen guten Wein geben. Ja, und ich hoffe, dass es euch genauso schmeckt wie mir. In diesem Sinne zum Wohl mit dem steirischen Junker.